The Horus Heresy Todesfeuer Von Nick Keim Gelesen von Tom Jacobs Die Prophezeiung des einäugigen Königs Ein Berg erhebt sich über dir aus den Wolken wie aus einem Trauerschleier. Felsspalten ziehen sich durch das Gestein und greifen nach dem blutroten Licht an seinem Gipfel. Der Himmel brennt und spiegelt die Wut des Berges wieder, der mit Flammen um sich wirft. Er ist bedrängt, wurde von jenen verwundet, die versucht haben, ihn niederzuwerfen. Er wütet, und sein Zorn ist ein schrecklicher Anblick. Trostlosigkeit umfängt dich, ein hohler Umhang, der schwerer wiegt als ein Fluch. Deine nackten Füße sind blutig und voller Blasen, denn du bist viele Kilometer über die scharfen Felsen deiner Todeswelt gewandert. Sie ist ein unbarnherziger Ort. Doch deine Reise neigt sich langsam dem Ende entgegen. Ihr Abschluss nähert sich mit jedem roten Abdruck, den du hinterlässt. Vernarbte Felsspitzen strecken sich der Sonne entgegen, um sie zu verdunkeln, doch die Hitze der funkelnden Kugel ist noch immer gnadenlos. Sie stiehlt dir den Atem, saugt dir das Leben aus, bis nichts übrig bleibt als ein staubtrockener Kadaver. Im höllischen Vorgebirge beginnst du deinen Aufstieg. Funken und heiße Asche versengen deine Füße, doch du spürst es kaum. Ein Handgriff nach dem anderen. Du kletterst weiter. Es ist schwer, aber du bist bereits jenseits aller Müdigkeit. Dein Geist ist ein träger, dunkler Pfuhl, von dem du genau weißt, dass du niemals wieder hinauskriechen wirst. Dein Körper wird gehorchen, und das trotz der schreienden Agonie in deinen Gliedern, der gegenüber du blind und taub bist. Du bewegst dich mit der Taubheit und Monotonie eines Leichnams, der wiedererweckt wurde. Bist du nicht nur in fleischgehüllte Verzweiflung, deren müde Knochen sich den letzten Überbleibseln deines Willens beugen? Vom Gipfel her hörst du ein Grollen, das einen Ozean im schlimmsten Sturm übertönt hätte. Ein donnerndes Tosen aus den Tiefen der Erde, das über die Felsspitzen und... Als dein Blick zum Feuerschein über dir wandert, siehst du einen Spalt im Berg. Das heiße Blut der Erde strömt heraus. Die Rauchschwaden verzücken deinen umwölkten Geist, der vom unvergleichlichen Kummer eines Sohnes befallen ist. Über dir steigert sich das unbehagliche Grollen des Berges zu einem Brüllen. Halt dein Schmerz in seinem Wider? Auf einer empathischen Frequenz, die irgendwie Fels und Fleisch in Trauer vereint? Die Flammen schlagen höher und bilden eine Säule, die mit ihrer Wut Himmel, Sonne und Wolken verdirbt. Verzweiflung ergreift von deinen tauben Gliedern Besitz und du kämpfst dich auf die Felsspalte zu, bis du einen Riss findest, der groß genug für deinen Körper ist. Während der Himmel flammende Tränen weint, betrittst du den Berg, wo du Heil und Unheil findest. Das letzte Bild deiner Existenz wird von einem pyroklastischen Strom verschluckt, bis nichts bleibt außer Schatten und Erinnerungen. Teil 1 Unruhe 1. Verbrannte Gaben Traoris, die Blitzfelder Ein Körper lag in der grauen Asche. Er war transhuman, männlich. Seine Haut war schwarz wie Kohle, und seine zerkratzte Rüstung war geschubbt, als bestünde sie aus der Haut einer grünen Echse. Ein Salamander. Ein Schwert lag einen Finger breit von seiner Hand entfernt. Ein Krieger. Ihn hatte das Schicksal ereilt, das auf die meisten wartet, die jenen gewaltsamen Pfad beschreiten. Eine Leiche unterfielen. Die faustgroße Wunde in seiner Brust hatte ihn getötet, doch auch sein linkes Auge war schwer mitgenommen. Trotz allem hatte er im Moment seines Todes nicht nach dem Schwert gegriffen. Seine reglosen Finger waren nach etwas anderem ausgestreckt. Nach einem Hammer. Ein Blitz erhellte den Himmel mit Adern aus grellem Licht. Ein Augenlid zitterte. Es war nicht mehr als ein Nervenflattern, das letzte Zucken der Synapsen vor dem Hirntod. Der zweite Blitz schlug in unmittelbarer Nähe in den Boden ein. Ein Finger zuckte. Noch ein Nervenflattern? Mit dem dritten Blitz kam der Donner. Er blinzelte. Der Leichnam, der kein Leichnam war, und fing einen Schnappschuss dessen ein, was über die Asche hinweg auf... Sein anderes Lied war versenkt und blieb geschlossen, doch dahinter pulsierte ein Ball aus Agonie. Sein Bewusstsein kehrte zurück. Dann folgte das Gefühl für Raum und Zeit. Gedanken machten sich breit. Schmerz. So viel Schmerz. Ein Blitz raste durch den wolkenlosen Himmel über Traueres. Nomeion blinzelte noch einmal, als der Blitz wie wild umherzuckte, sich verästelte und die Dunkelheit mit brutaler Helligkeit durchschnitt. Finger aus Licht schlugen in den Boden ein wie geschleuderte Speere und verfehlten seinen Körper nur knapp. Der Tod wäre eine Gnade. Nicht wegen seiner schmerzenden Wunden, sondern wegen der Agonie seines Versagens. Vulkan! Nomeions Stimme war ein heiseres Krächzen aus einer verdorrten Kehle. Nein, nicht Vulkan. Es war Erebus gewesen. Und nun war sein Agent mit dem Fulgurit geflohen. Grammaticus, der Spion. Der Lügner. Der Verräter. Ein weiterer Blitz entlud sich, und Nomeion verzog das Gesicht. Damit waren es fünf, seit er zu Bewusstsein gekommen war. Jeder wütende Einschlag brachte den Sturm näher. Er verspürte nicht den Wunsch, herauszufinden, was geschehe, wenn er beim sechsten oder siebten Blitz noch hier wäre. Jede Bewegung erwies sich als schwierig. Nicht einmal seine verbesserte Physis konnte den Fluss seines Blutes aufhalten, das die Asche um ihn herum in einen dunklen Morast verwandelte. Als der Imperator seine Space Marines erschaffen hatte, hatte er sie zäh gemacht, aber sie waren nicht unzerstörbar. Ebenso wenig waren dies die Primarchen, wie ein paar von ihnen zu ihrem Leidwesen erfahren hatten. Doch Nomeion würde die Geschichten über den Tod seines Vaters Lügen strafen, wenn er lange genug lebte. Nomeons Verletzungen und seine beinahe Lähmung ließen nur einen Schluss zu. »Ich sterbe«, selbst Trant und Arthellus Nomeion hatte seine erreicht. Auch wenn sein Verstand gegen die Vorstellung von seinem Tod rebellierte, war sein Körper doch zu keiner Lüge mehr imstande. Ein neuer Blitz schlug neben ihm ein und versenkte die Erde, genau wie die Bomben und Projektile, die den Tod über Istvarn V gebracht hatten. Mühsam drehte Nomeion den Kopf, um dem Blitz zu folgen, dessen Abbild noch auf seiner Netzhaut eingebrannt war, sich immer wieder vervielfältigte und sich schließlich auflöste. Als es verschwunden war, sah er kleine Wirbelwinde aus grauem Sand über das Ödland von Traoris huschen, wie die körperlosen Djinns des alten Abyssinia. Sie stanken nach Tod und verbranntem Staub. Erst als sie größer wurden und einander immer mehr ähnelten, wurde Nomeion klar, dass es nicht einfach nur Wind war, der von einem weit entfernten Meer heranwehte. Sie stammten von einem Schiff. Was bedeutete, dass die Feuerarche noch immer im Orbit sein könnte, und das ließ ihn hoffen. Während der Ereignisse, die folgen würden, sollte Nomeion erkennen, dass es nur noch wenig Hoffnung in dieser vom Krieg zerrissenen Galaxis gab. Eine endlose, schwarze Wüste erstreckte sich, soweit das Auge reichte. Die hohen Dünen und eisernen Bollwerke boten einen Anblick der Verheerung, und überall lagen Tote und Sterbende. Manche der Gefallenen lagen halb unter blutigem Sand begraben, andere wurden in ihren Rüstungen langsam von der Sonne geröstet. Der Verwesungsgestank war so intensiv, dass er Gestalt angenommen hatte, eine widerwärtige Masse, die schwer auf den Schultern lastete. Auf dem schwarzen Sand herrschte Chaos. Wahres Chaos. Erschlagene Brüder. Verrat von der schlimmsten Sorte. Die Einzelheiten des Massakers entglitten ihm, als hätten sie Angst, erinnert zu werden, auch wenn sie für immer in Numéons Gedächtnis eingebrannt waren. Das Schwarz der Wüste war von der Düsternis einer Zelle abgelöst worden, und die Todesschreie seiner Brüder waren einer nervenaufreibenden Stille gewichen, in der ein Gedanke lauter schien als ein Pistolenschuss. Eiserne Fesseln lagen um seine Handgelenke und Knöchel. Sie waren kaum von Nöten. Der Strom von Numéons Kraft war zu wenig mehr als seinem Rinnsaal versiegt. Er trug von der Hüfte abwärts nur noch seine Unterrüstung, wodurch die vielen alten Wunden und Brandnarben auf seinem Oberkörper deutlich zu sehen waren. Seine Rüstung war ohnehin irreparabel beschädigt gewesen. Die Eiseskälte des Weltraums, die durch das blanke Metall seiner Zelle sickerte, war ihm so fremd, wie er zitterte. Sein Körper war notdürftig zusammengeflickt worden. Er heilte, aber er würde schlimme Narben davontragen. Wenigstens war das Loch in seiner Brust vernäht worden. Seine Hescher hatten sehr wohl die Mittel für eine bessere Behandlung. Sie wollten Numéon einfach nur leiden sehen. Er vermutete, dass dies auch der Grund war, warum sie ihm den Hammer gelassen hatten. Er war ein relativ einfaches Ding. Ein kurzes Heft, ein rechteckiger Kopf, im Knauf ein einziges Juwel. Es war eher ein Schmuckstück als eine Waffe und ähnelte einem Schmiedehammer. Ein simples Äußeres verbarg oft eine esoterische Bedeutung. Dies war mehr als ein Hammer. Es war ein Symbol. Für Numéon, der nun der letzte Hüter des Feuers war, stand es für Hoffnung. Derart verletzt hielt sich Numéon an Vulcans Siegel fest, als wäre es sein Lebensfaden, als befürchtete er, dass auch er verloren wäre, sollte auch nur einer seiner Finger vom Griff rutschen. Sein Auge loderte mit der Kraft des Hehlbrands. Es erinnerte ihn an seine Sterblichkeit und riss ihn aus seinen Träumereien. Er spürte, dass sein Bewusstsein ihm zu entgleiten drohte und entschied sich, Poesie durch harte Fakten zu ersetzen, um sich durch seine Gedanken in der Realität zu verankern. Die Fenriser hatten zahlreiche Wörter für Schnee und Eis. Doch jene, die von Nocturne standen oder dem Prometheischen Weg folgten, hatten viele Begriffe um Feuer zu bezeichnen, die sich von einer der sieben Zufluchtsstätte zur anderen unterschieden. In Hesiod, das als der Sitz der Könige bekannt war, hieß es Hehlbrand. In Themis, der Stadt der Krieger, hieß es Urgrek. Beides waren alte, lyrische Worte für das Magma, das tief unter dem Berg Todesfeuer floss, das brodelnde Herzblut von Nocturne. Es war heiß und versprach lähmende Schmerzen für jeden, der es berührte oder auch nur in seine Nähe kam. Nur die Drachen der Tiefe suchten seine Wärme und die Abgeschiedenheit, die es bot, da es für alle anderen Lebensformen den Tod bedeutete. Protheisches Feuer, so behaupteten die Einwohner der Juwelenstadt Epithemus, die Kirchen des WDR. Die lamplussion an taxes, und die K